So, da sind wir auch wieder. Und beginn natürlich erstmal mit einer epischen Szene. Ich muss Basil und Nigel finden. So, hier können wir meinen Aufziehschlüssel nutzen. Die Leiter stecken wir uns mal eben in die Hose. Hier fehlen uns Puzzleteile. Hier fehlt auch etwas. Hauen wir hier erstmal in die Kerze rein. Schnappen wir uns mal das Buch. So, Stein und Pinsel nehmen wir mal mit. Ich muss die kaputten Teile reparieren, ja. Achso, ach, wir haben Tür, zwei, vor zwei Türkacheln. Stell dir das Bild wieder her. Tipp auf eine Kachel, um die angrenzten Kacheln zu rotieren. Welches Bild denn? Das da? Oh Gott, das will was. Oh Gott, das will, da bräuchte ich ja den hier unten. Oh Gott, das will, da bräuchte ich ja den hier unten. Na, also ganz ehrlich, nee. Bei aller größten Liebe. Ich würde alles tun, um meinen Schatz zu retten. Finde ich in die Schatzkammer. Den Eingang zur Schatzkammer. Aber zunächst nehmen wir uns erstmal das. Oh. Das ist zu tief unten. Der will was haben. So, wir haben zumindest schon mal über die Hälfte der Pinsel gefunden. Hm, der hat ja einen schönen Pinsel in der Hand. Ach, ich muss mal wieder putzen. Okay, das funktioniert so nicht. Hier gehört ein Gestrallen. Dass er sehr erfolgreich kaputt gemacht hat. Das Drachenflügel. Einen Bohrer. Ach, hier. Dem gehört das okay. Ähm. Hm, hm, hm. So, eine brennende Kerze. Hier fehlt was. So, weiter zurück geht's nicht. Komm, tipp. Was kann ich sonst noch tun? Los, ob wir hier keine brennende Kerze drin haben. Okay. Was möchte er denn haben? Wahrscheinlich ein Ei. Hier fehlt mein Moulet. Kann ich jetzt hier alles anzünden? Na bitte, geht doch. Und wir erhalten Draht. Okay, kann ich hier mit Draht festmachen. Gut. Okay, und schon verziehe ich mich wieder. So, hier. Bitteschön. Der Goldschatz ist verzaubert. Aber die Gier der Menschen macht sie blind. Sie erkennen nicht, dass ihr geschätztes Gold sich schnell zu Stellen verwandeln kann. Deswegen wurde der Schatz mit dem Drachenfluch belegt. Hier ist also die Lösung. Eine Scheibe. Aha. Ja. hier soll er irgendwie roten hier grün da drüben auch drüben die scheiben in die farbigen gacheln und dabei hinweist so wie den juvieren entsprechend tippe auf die pfeile um die scheiben zu drehen nö keine ahnung was er von mir will wenn der jetzt nur zweimal rot hätte ich gesagt okay hier und da kommt jeweils einmal rot hin und rest unten grün und oben halt blau ja sieht seit einem komplett aus zerbrochenes schatz kann man schatz kann man schon sein zerbrochener na toll ja so hier gibt es ja nichts mehr zu tun Kunde, zerbrochener Schatzkammer-Schlüssel. Finde ich sehr gut. Öffne die Schatzkammer. So, wir nehmen uns erst mal das Kamelian-Objekt. Der möchte uns sein Zeug natürlich freiwillig geben. Ihm fehlen die Augen. Säulenkachel. Bring die Farbe in das Bild der Kacheln, indem du sie drehst. Das Drehen einer Kachel kann sich auf alle auswirken. Das Drehen einer Kacheln, indem du sie drehst. So. So. Wir halten einen Golfschläger. Nein, der Kerzenlöscher. Schlaufe. Keine Ahnung. Kerzenlöscher. Wir haben hier einen Schwertgriff. Wir haben eine Schlaufe. Zurück können wir nicht. Ja, 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 ja. Der versprach, den Zauber zu brechen. Und du glaubst auch noch den Weihnachtsmann oder was. Wie werde ich das los? Okay. Genauso, wie ich behaupten. Okay, lass mich raten. Wenn ich eine drehe, drehen sich mal ein paar mit. So. Na, wusste ich's doch. So, das ist auf zwölf Uhr Mittag. Jetzt muss ich den noch einmal kurz drehen. Lass du haust nicht hin. Lass du haust nicht hin. Danke. Aber du solltest besser wissen, als ein Thief. Du bist nicht mehr mit mir. Und jetzt muss ich dich, zu interferieren, mit mir noch weiter. Ich muss Sibyl retten. Schnell. Rette Sibyl. Dazu müssen wir wahrscheinlich in die Schatzkammer rein, um uns hier ordentlich mit irgendwas ausrüsten zu können. Hallo? Jo. Eine neue Zange. Hm. Da steckt zu sehr fest. Wie was wollen wir tauschen? Das Feuer versperrt mir den Weg. Das Feuer versperrt mir den Weg. Damit haben wir die Pinsel. Der kriegt sein Amulett. Oder sein Emblem. Hier fehlt irgendetwas. Hier fehlt irgendetwas. So, nee. Hier hat nichts gefehlt. Wo waren das jetzt? Wo hat denn jetzt hier komische Kristall gefehlt? Ah, auf der anderen Seite. Hier, Bootshaken. Helle Bade meine ich. Äh, ich muss diese dicken Ranken durchschneiden. Achso, Juwelenauge. Okay. Hier fehlt mir noch ein Griff. Ich muss das Drachenherz finden. Hier ist ein Schloss. Auch einen Goldschlüssel. Da fehlt auch noch was. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. saal.